Finden Sie vom Datenchaos zum Datenschatz. Erfahren Sie, wie eine gelungene Datenstrategie Ihren Unternehmenserfolg nachhaltig steigert. Einblicke, Erfahrungswerte und Tipps gibt es von den Datenexperten Michael Jungschläger und Sven Göllner. Wo man vielleicht auch mal um die Ecke denken muss. Mit großer Wirkung. Gute Sache. Bereit zum Durchstarten? Wertgeschätzt, der Podcast. Willkommen zu einer neuen Folge Wertgeschätzt. Ich grüße euch, liebe Bimanus. Michael ist noch nicht dabei. Warum ist das wieder so? Weil wir eine zweite Runde haben zu dem Thema Planung. Und wir hatten in der letzten Podcast-Folge Ralf Schall von Thinking Networks dabei. Und wir haben uns in der ersten Folge sehr intensiv über das Thema Planung unterhalten und warum Unternehmen letztendlich planen sollten. und großes Thema war ja auch, warum man vielleicht auf Excel verzichten sollte. Da haben wir erstmal eine grobe Übersicht gegeben und ganz zum Schluss in der Podcast-Folge auch erste Empfehlung gegeben, was man tun sollte und erste Ansätze, um in diese Richtung zu gehen, um diesen manuellen Prozess abzuschaffen. Heute, lieber Ralf, also herzlich willkommen erstmal, wieder, dass du dir die Zeit genommen hast. Es hat mir echt sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und heute wollen wir so ein bisschen das Thema beleuchten, Planung versus BI. Ich würde das gar nicht als Gegensatz sehen, aber die Frage möchte ich gerne beantworten. Was macht man denn zuerst? Macht man Planung zuerst oder machen wir BI zuerst? Da gehen wir gleich mal drauf ein. Dann das Thema Individualentwicklung. Oder gebe ich den Fachbereich die Kompetenz, diesen sogenannten Self-Service-Ansatz zu geben? Da würdest du gleich auch mal ein bisschen tiefer einsteigen, deine Erfahrungswerte zurückgeben. Und genau, auch der Einsatz von externen Beratern, wie deine Einschätzung, weil das ist ja auch nochmal ein Kostenblock für viele Unternehmen, muss ich da jetzt wirklich auch Beratungshäuser mit einbeziehen? Oder kann man das letztendlich auch dem Unternehmen alleine zutrauen? Also herzlich willkommen. Stell dich gerne nochmal vor für die, die sich bei der ersten Folge noch nicht kennen. Wir verlinken nochmal die allererste Folge, ganz wichtig. Ja, super. Ja, hallo. Ich bin der Ralf, Success-Manager im Quantum-Team. Wir machen eine Planungssoftware, die im Controlling angesiedelt ist, aber von allen Fachabteilungen mit bedient werden kann. Es ist eine Plattform mit einem Toolset, wo der Controller eigenständig seine Planung aufsetzen kann. Wir können ja auch mal kurz was über Sinking NeckWords sagen. Also das ist ja wirklich schon ein etabliertes Unternehmen am Markt, sehr erfolgreich, dass du da nochmal kurz was mitgibst. Ich würde sogar sagen, wir sind Dinosaurier und es gibt es genauso lange wie die SAP. Wir wurden übrigens aus den gleichen Motiven gegründet, wer die SAP-Story kennt. Der wesentliche Unterschied ist, bei uns ist es passiert am Küchentisch in Aachen in der Theaterstraße, bei den anderen war es in Waldorf in der Pizzeria. Und tatsächlich ist es so, dass wir auch heute noch die Domäne Gesellschaft für Mathematik und Informatik haben. Ihr habt ja auch eine enge Kooperation mit der Hochschule. Absolut, wir haben immer noch natürlich Mathematikprofessoren im Aufsichtsrat. Das bedeutet, wir kriegen das irgendwie auch gar nicht los und wir wollen es auch nicht. Tradition ist ja was Schönes. Mit Quantum haben wir ein neues Produkt gemacht. Wir kommen also aus dem Legacy-Bereich, waren viel im Bankenumfeld unterwegs und bei den DAX-Konzernen auch zum Teil. Und ja, jetzt haben wir einen neuen Auftrag bekommen, uns neu zu erfinden mit dem, was wir wissen und das haben wir getan. Finde ich gut, weil vielleicht erzählen wir mal so ein bisschen Geschichte, wie die Bimano und Quantum Cloud zusammengekommen sind. Wir kennen Syncline Networks auch schon sehr, sehr lange durch den Wolfgang Schautelücke hier. Viele Grüße Wolfgang, haben da tolle Projekte auch zusammen gemacht. Ihr hattet ja dann ein On-Premise-Produkt hier im Planning, auch bei vielen Unternehmen im Einsatz. Und ihr seid zur gleichen Zeit gestartet, also wo wir mit unserer Softwareentwicklung gestartet sind, mit unserer Bimano Cloud, die Integrations- und Analyseplattform, seid ihr parallel mit der Quantum Cloud gestartet. Und ihr seid weiter, muss ich sagen, aber ihr seid auch größer, Punkt. Aber es ist mega spannend, weil wir uns immer austauschen in Bezug Marketing, Vertrieb und nehmen da gegenseitig immer Impulse mit. Deswegen ist das immer ein ganz, ganz netter Austausch, auch mit deinen Kollegen. Deswegen, das macht immer sehr, sehr viel Spaß und dann haben wir jetzt auch gesagt, jetzt machen wir mal eine Podcast-Folge, weil Planung und BI gehört einfach zusammen, Punkt. Also das kriegen wir nicht gelöst, aber wo wir, glaube ich, mal diskutieren, starken wir doch damit ein, was mache ich denn zuerst? Planung oder BI, Ralf? Henne oder Ei? Ja, ich glaube. Naja, ich sage mal ganz einfach, es kommt darauf an, bin ich Hahn oder bin ich Henne? Also ich würde mal sagen, es ist abhängig davon, aus welcher Systemlandschaft komme ich. Ich bin beim BI als Startpunkt, wenn ich eine sehr heterogene Landschaft habe. Ich habe fünf verschiedene ERPs, drei CRMs in verschiedenen Gesellschaften in meiner Gruppe und irgendwie ist das auch immer ein, entschuldige, dass ich jetzt sage, ein Mörder geschießt, die Daten von einem ins andere zu bringen. Und ich habe keine IT-Ressourcen, die mir diese Daten aufbereiten, damit ich sie in einem Folgesystem benutzen kann. Ist ja auch nicht sexy. Das Thema Datenintegration und Datenmodelle will ja keiner hören, weil da muss ich halt Expertise aufbauen, Hausaufgaben machen. Dann ist ja schöner, die bunten Dashboards oben draufzusetzen. Das kann ich mit Power BI und Excel und Co. machen. Diese Diskussion führen wir auch immer sehr, sehr häufig. Aber die Planung, also das ist ganz wichtig, auch heute nochmal mitzunehmen, die braucht halt eine ordentliche Datenversorgung. Einmal hochautomatisiert. Die Daten müssen angereichert werden, transformiert werden. Zum Beispiel, wenn ich Produkte habe, ich muss ein einheitliches Produktverständnis aufbauen beispielsweise oder Kennzahlen. Da kann zum Beispiel ein BI-System helfen oder ein sogenanntes Data Warehouse-System, dass man letztendlich die Planungswürfel vorbereitet mit den ganzen Ausprägungen. Stammdaten zum Bezug zu Kennzahlen, dass die Ist-Daten, also man kann sich das wie einen Kreislauf vorstellen. Das heißt, ich spreche jetzt aus meiner BI-System, wir versorgen, kommen mit dem BI und Data Warehouse, versorgen die euch mit Ist-Daten. Genau. Und die brauchen wir auch für die Planung, denn wir müssen unseren Planern Referenzen anbieten. Dann ist es natürlich so, und das kann jetzt BI nicht, nämlich neue Kennzahlen generieren, imaginäre Kennzahlen, also ein Data Warehouse kennt halt nur ein Ist und eine Vergangenheit. Das kennt aber kein Morgen. Ich sag mal, steht in, steht out-Prinzip. Mit der Idee, das ist ganz wichtig, man sollte natürlich irgendwann mal bereinigen, dass dann die Prozesse vorne an den Quellsystemen dafür, also dass das Data Warehouse letztendlich als transparent dient, um dann die Prozesse anzuhören. Aber du hast vollkommen recht, also wir zeigen die Daten an, die dann letztendlich konsolidiert und wir berechnen ja auch, aber bei uns sollten in der Regel keine Daten, und das Data Warehouse soll auch nicht verändert werden. Das haben wir auch schon öfters erlebt, dann gibt es Schweinereien, da werden Datensätze manipuliert, um Gottes Willen, auf keinen Fall. Nein, also was wir aber tun können, ist natürlich die Szenarien, die neu generierten Daten, die quasi als Ziel oder als Plan dann wieder ins Data Warehouse zurückwandern, um von da aus dann eben entsprechend in Dashboards dargestellt zu werden. Also es ist tatsächlich so, dass wir quasi dann dieser Breakout sind, der eben eine Sicht des Planers auf diese Daten zulässt und dafür brauchen wir auch nicht alle Daten, denn manche planen auf Produktgruppen, manche planen auf Kanälen und das kann natürlich unser Tool noch zusätzlich mit abbilden. Ja, und wir können dann die Daten roh quasi wieder zurückspielen, denn das ist eine reine Planersicht. Weil dann macht BI auch richtig Spaß, weil wenn ich dann die Planungsdaten habe und füge die zu den Ist-Daten dazu und habe dann meine Szenarien und meine unterschiedlichen Versionen, dann kann ich natürlich im Berichtswesen in der Anzeige diese Daten für die Entscheidung oder für die Entscheider wirklich bereitstellen und dann kann man mit den Daten auch wirklich arbeiten. Das ist ja ganz schön. Die Frage, die man dann immer noch stellen kann, wo bildet man die Daten ab? Die können in einem Planungstool erfolgen, wenn das eine schöne grafische Oberfläche hat. Alternativ kann man natürlich auch die klassischen BI-Werkzeuge dafür verwenden, aber keinen Fall sollte man jetzt anfangen, die BI-Werkzeuge wieder zu missbrauchen. Ich hole mir Daten aus dem Data Warehouse, ich hole mir dann Daten aber aus der Planung und kombiniere da. Also das wäre echt bescheuert. Genau, das haben wir auch bei Quantum erkannt. Also ich muss jetzt kein Dashboard providen, um einem Planer eine visuelle Unterstützung für das Ergebnis seiner Planung zu geben. Das kann ich tatsächlich mit einer, wir nennen das Graphic in Forms, also in einem Formular, in einem Bericht kann ich eine Grafik einbetten, die aber gespeist wird aus den Daten in diesem Formular. Also nicht aus dem BI-Tool oder aus dem Planungswürfel, sondern das ist jetzt die Sicht des Planers und ist auch nur das, was ihn interessiert. Ja, und das Berechtigungskonzept kann man dann schön überführen. Das heißt, die Planungssoftware sollte die Berechtigung beinhalten, da stellt man sie ein und die wird dann halt in das Data Warehouse-System übernommen. Das finde ich ist auch nochmal eine schöne Zusammenführung, warum so ein System harmonieren kann. Ja, insbesondere dann, wenn wir an so Dinge denken, die ja dann durchaus auch gewünscht sind, dass man sagt, man möchte ein Änderungsprotokoll haben, man möchte wissen, wer hat wann was wo eingetragen. Auch das sind Informationen, die man ja irgendwo… Diese ganzen Meta-Informationen, die gehören auch ins Data Warehouse, weil dann haben wir das Auditing noch mit drin. Das ist nämlich auch nochmal ganz gut und können nachverfolgen, wie ist der Änderungsverlauf auch dahinter. Diversionierung ist ja auch mal ein großes Thema. Ja. Dann kann man das Ganze mit einfließen lassen und dann, finde ich, hat man ein wirklich rundes Bild. Ja, also da ist es tatsächlich der, ich sage jetzt mal der Bimano Data Lake mit den Regeln des… Nicht Data Lake. Oh Gott, das will nur, was habe ich gesagt. Weil wir sind so ein bisschen der Verfechter. Also Hintergrund ist ja, wenn wir sagen, wir wollen nicht, also Data Lake wird ja immer dafür verwendet, im ersten Schritt, ich hole mir alle Datenbereiche rein, alle Quellen, die es gibt und entscheide mich dann vielleicht später, was ich damit mache. Das möchten wir nicht, weil wir können halt durch diesen oder durch einen gewissen agieren Ansatz im Lego-Kasten-Bau-Kastensystem einfach sukzessive die Anwendungsfälle machen. Wir müssen nicht vordenken. Das ist das Schöne, weil beim Data Lake passiert es auch, da verfaulen auch ein bisschen die Daten. Sie sehen andere Experten anders, aber wir sind da rigoros und sagen, Quatsch, brauchen wir nicht. Ja, also auch wir in der Planung brauchen nur Zahlen, die für die Planung relevant sind. Alles andere interessiert uns nicht, ja. Es ist natürlich die Frage, wie weit geht diese Planung? Es handelt sich jetzt nur um eine Absatzplanung oder wird eben aus dem Ergebnis der Absatzplanung auch etwas abgeleitet, wie zum Beispiel eine Materialbedarfsplanung, eine Kapazitätsplanung. Also wenn diese Planungen miteinander verknüpft sind, dann haben diese Zahlen jetzt nicht nur den Wert, dass ich weiß, was werde ich an Umsatz machen, weil ich das mit einer Kennzahl berechne, sondern ich habe eben auch noch den Mehrwert, dass mein Einkauf weiß, was braucht ein Material voraussichtlich, dass meine Produktion weiß, ja Moment einmal, das können wir gar nicht leisten. Da brauchen wir vielleicht einen Lohnfertiger, ja. Wenn ich damit auf die Suche gehe, wenn der Auftrag eingelastet ist im ERP, dann ist es zu spät. Ja. Da finde ich niemanden mehr. Dann meine Frage bezüglich der Datendrehscheibe. Gebt ihr Daten auch nochmal ab an andere Systeme? Kommt das auch vor, dass ihr weitere Systeme mit Daten versorgt? Kannst du mal ein paar Beispiele nennen? Ja, also es kommt immer darauf an, auf die Gesellschaftsstruktur des Kunden, so kann es zum Beispiel sein, dass wir die operative Planung machen einer Legal Entity und dann zum Beispiel auf einer aggregierten Ebene in ein Finanzkonsolidierungstool bei der Holding geben. Okay. Das ist durchaus ein üblicher Ansatz. Ansonsten schreiben wir im Regelfall die finale Version der Planung zurück ins ERP, damit da mal eine Planzahl drinsteht, gegen die man mappen kann, weil sonst wäre da nichts. Macht Sinn. Macht definitiv Sinn. Ja, dann mal eine Frage bei uns im BI-Kontext gibt es immer diese Begrifflichkeit Self-Service. Ich erkläre es auch mal, weil ich mag diese Begrifflichkeit nicht, wenn man so sehr in dieser eigenen Welt ist. Also wir wollen gerne, dass die Fachbereiche eigenständig in die Lage versetzt werden, auf dem Datenmodell ihre Auswertung zu bauen. Wir wollen nicht die Komplexität in die Berichte bringen. Das ist uns immer sehr, sehr wichtig. Das heißt, wenn wir merken, da ist zu viel Aufwand hinter, da werden zu viele Berechnungen oder Formeln gebaut und ich muss das immer pro Bericht machen, das ist unnötig, das gehört ins Datenmodell, ist halt einmal mehr Aufwand oder einmal Aufwand, aber es zahlt sich aus. Ist das bei euch auch so, bei der Planung? Also habt ihr Möglichkeiten, den Fachanwender in die Lage zu versetzen? Weil es gibt ja immer noch das Thema Individualprogrammierung. Oh ja, ein schwieriges Thema, fällt mir sehr, sehr oft je, also in der Woche zwei, drei Calls zu genau diesem Thema. Herr Schall, wir haben da etwas programmieren lassen auf der technologischen Basis, auf der der Kollege ist in Rente, ist krank geworden, es gibt niemand mehr, wir kriegen niemand mehr. Also diese selbstgestrickten Tools, die jahrzehntelang ja funktioniert haben, aber da kommt nichts nach. Wenn wir da im Konzernumfeld unterwegs sind, höre ich durchaus auch den Trend, dass der Vorstand und dass die steuernden Instanzen in Unternehmen sagen, wir müssen auf Standardsoftware gehen. Wir müssen auf Standardsoftware gehen, die unsere Leute benutzen können, damit wir uns selber helfen können. Denn es gibt ja auch sowas wie Software-Audits. Also wir haben Software-Audits gemacht bei einem Kunden, der ist auf einem Legacy-Produkt von uns und da kriegt er ein furchtbar schlechtes Audit, weil er sagt, ihr seid ja abhängig von denen. Da habe ich mir gedacht, ehrlich? Wer ist denn abhängig von SAP? Das gibt es doch gar nicht, das kann doch gar nicht sein. Also ist ja vollkommen wurscht, diese Audits gibt es und dann ist natürlich die Frage, der Faktor Auditor, welche Antworten hast du? Und da sagt er, hast du jemanden selber, der das machen kann? Jetzt haben wir selber einen eingestellt, den wir ausgebildet haben für die und wir mussten für unseren Mann eine Redundanz einschaffen. Und dann gibt es aber so eine Abteilung, die heißt dann Zentrale Dienste IT. Die kennt jeder, der mit Controlling und Planung zu tun hat. Und die Zentralen Dienste sagen, das geht uns aber nichts an, den bezahlen wir nicht. Weil das ist nicht unser Ding. Wieso ist das euer Audit? Also das sind diese Grabenkämpfe, die wir zwischen Fachabteilung und IT immer, immer wieder haben. Aber wichtig ist eines. Ich freue mich, wenn ich von Kunden höre, Herr Schall, wir haben das dritte Planungsmodell aufgebaut. Ich habe noch keine Sekunde meiner eigenen IT gezogen. Dann habe ich alles richtig gemacht. Dann habe ich einem Controller, der systemaffin ist, beigebracht, Quantum zu benutzen und seine Modelle damit selber zu definieren, seine Kennzahlen eigenständig zu generieren, die Rechte für die Businesslinie zu vergeben und die Planung anzustoßen. Dann habe ich alles richtig gemacht und ich bin glücklich. Ja und man muss vielleicht auch nochmal dazu sagen, wenn man jetzt auch die IT-Abteilung mal betrachtet, die haben ja wirklich genug zu tun. Wenn die jetzt aber noch anfangen würden, zusätzliche Software-Systeme zu betreuen, wenn man jetzt nochmal in diesem On-Premise-Umfeld, früher wurden Server dann gekauft, installiert, ein Betriebssystem drauf, dann wurde die Software, die Planungssoftware vielleicht installiert, da mussten Software-Updates gefahren sind, die mussten getestet werden, Rückfragen, Performance-Probleme und, und, und. Das sind ja alles auch nochmal Betriebskosten oder Verwaltungskosten, die entstehen. Da kann man ja vielleicht auch in der heutigen Zeit auch mal schauen, gibt es da nicht was Besseres oder wo man auch die IT-Abteilung, aber ich finde, es hängt auch von der Strategie ab. Ich weiß nicht, jedes Unternehmen ist da auch anders aufgestellt. Wie ist da eure Erfahrung, Thema Infrastruktur, Cloud, offen oder nicht offen? Struktur und Strategie-Hacks. Wir machen native Cloud. Okay. Bei uns gibt es nichts anderes. Deswegen kann ich nicht sagen, wie viele eher sagen, On-Premise muss. Wenn ich aber in der Branche unterwegs bin, auf Branchenmeetings bei Bargo oder so weiter, dann höre ich, selbst bei einem Marktbegleiter wie Jedox, die sagen, wir machen nur noch Cloud. Das bedeutet, es ist jetzt angekommen, die Cloud in Deutschland. Es ist klar, vor allen Dingen geht es um den Bereich auch Insurance von Daten, die ganzen Sicherheitsproblematiken. Welcher Mittelständer leistet sich denn eine Agentur, die ihn regelmäßig versucht zu hacken? Welcher Mittelständer hat denn tatsächlich eine Layer 7 Firewall, Cisco Cluster oder was es da alles an tollen Anbietern am Markt gibt? Wer hat denn das und betreibt das? Da brauche ich auch Leute dazu, die das betreiben. Bei uns ist es ganz einfach in unserem Buhl-Rechenzentrum, das ist unsere Konzernmutter. Das ist, glaube ich, auch ein echter USP, den ihr habt. Ihr seid ja wirklich mit der, genau, wir haben ja gar nicht gesagt, ihr seid ja unter dieser Buhl-Gruppe. Jeder, der vielleicht mal seine Steuererklärung selber gemacht hat, hat vielleicht mal das Programm von Visu. Ich habe mir das sogar jetzt runtergelagen für die, im Grundsteuer für die Immobilie. Da habt ihr ja auch ein Produkt rausgekommen. Ich will jetzt keine Werbung machen, aber nur, dass ihr mal wisst, dass das Thinking Networks noch was größer ist. Genau, also die Unternehmensdaten liegen genau neben deinem Steuerabruf. Also es ist das gleiche Rechenzentrum. Allerdings, wenn man dann reingeht ins Rechenzentrum, sieht dann die Technologie, die jetzt vom Finanzamt kommt, mit irgendwelchen Schlüssel-Dongles, also du lachst dich kaputt. Das sind halt USB-Dongles. Aber das ist halt so, das ist halt deutsche Verwaltung. Die sind noch nicht so digital. Was wichtig ist, das Thema, ob Cloud oder nicht Cloud, ist bei mir gar kein Thema in den Gesprächen, die ich führe. Ja, es gibt natürlich Fragen von IT-Sicherheitsbeauftragten. Muss es auch. Muss es definitiv. Und die sollte man auch, also da muss man sich auch drauf einstellen. Aber ich bin bei dir. Vor drei, vier Jahren war es komplett anders. Aber dadurch, dass jetzt Banken, Versicherungen das auch für sich erkannt, und da sind ja auch personenbezogene Daten drin, und die Spezialisten oder die IT-Experten dort haben sich natürlich sehr intensiv damit auseinandergesetzt, ist das alles entsprechend sicher und auch konform. So, da kann der Mittelstand sich zumindest nochmal eine Scheibe ab. Absolut. Und nochmal drauf gucken. Also, wenn schon die großen Konzerne diesen Schritt gegangen sind, spricht doch gar nichts mehr dagegen. Also, die HDI, ne? Ja. Galangskonzern, die HDI, fährt die Strategie AWS first. Ja, ich weiß auch. Also, entweder AWS, wenn es das da nicht gibt, dann halt was anderes, aber… War aber vor ein paar Jahren ein großes Thema. Also, das darf man da nicht unterschätzen, und da haben die sehr viel Zeit und Gehörnschmalz auch investiert, um halt auch so eine Cloud-Strategie auch zu fahren, die auch sehr erfolgreich auch ist. Und was ich mitgeben möchte, ist zum Beispiel, wenn man dann beispielsweise bei Kunden vor Ort ist und geht durch die einzelnen Räume, und wir hatten auch mal eine Situation, da war der Serverraum neben den Kontrollern. Ja, du lachst, das ist, fand ich, schon kritisch, weil der Raum war dann offen. Oh, nee. Und dann könntest du ja auch als Mitarbeiter da mal eben USB-Stick oder sonst was machen. Also, das kann auch von innen gehackt werden. Also, wenn wir mitgeben, einfach da nochmal zu gucken, ist das nicht wirklich zeitgemäß, da mal zu schauen, auch wegen der Skalierbarkeit. Das genau ist das Problem, denn wenn ich natürlich so ein System nehme, wo ich sage, okay, da muss ich jetzt was bei mir installieren, dann muss ich ja auch planen, was brauche ich da in Performance, was brauche ich, also im Prinzip, was brauche ich an Computing, was brauche ich an Speicher, was brauche ich an Transport für die Informationen. Das sind die drei Größenordnungen. Aber so wie man früher gesagt hat, der hat eben Dell oder HP oder FUYIT-Server, so sagt man heute, der ist eben auf der Mittelwehr oder auf der unterwegs. Also, das spielt dort gar keine Rolle mehr, welches Blech da drunter ist. Wobei man jetzt dazu sagen muss, also was jetzt Speichersysteme angeht, und da haben wir zum Beispiel so eine Charaktereigenschaft unserer beiden Anwendungen, die konträr sind, denn eine BI-Anwendung liest Daten, stellt die dar. Eine Planungsanwendung schreibt Daten und rechnet und schreibt neue. Das ist ein Unterschied. Definitiv, und da muss man mitgeben, da wird auch Performance benötigt. Absolut. Je nachdem, wie tief dieser Planungswürfel ist und man noch unterschiedliche Szenarien hat, hat man ja unterschiedliche Sichten und das muss ja erstmal durchkalkuliert werden. Also man braucht ja schon Tier-Level-1-Storage. Deswegen ist es auch wichtig, dass man das auch mit ins Kalkül zählt, wenn man eine Entscheidung trifft. Ja, haben wir überhaupt Tier-Level-1-Storage? Haben wir überhaupt die Leute, die diese Verfügbarkeit und diese Sicherheit zur Verfügung stellen? Denn, nehmen wir mal die Absatz- und Vertriebsplanung. Das sind, egal wen du nimmst, in Deutschland, der ein Produkt herstellt, hat sein Vertrieb weltweit. Also auch hinter der chinesischen Firewall gibt es da im Regelfall irgendein Büro, was Daten hat und bekommt. Und die Frage für mich ist immer, will ich das so? Ja, und dann ist, glaube ich, ein gut gemanagtes, zertifiziertes Rechenzentrum, ist die Wahrscheinlichkeit etwas größer damit, dass das gut geht. Ja, das stimmt schon. Also sind wir natürlich jetzt ein bisschen abgedriffen in diesem Cloud-Thema, wollten wir eigentlich gar nicht, aber es ist trotzdem nochmal wichtig mitzugeben. Ursprungs war ja die Frage, was mache ich denn zuerst, Planung oder BI? Also zusammenfassend ist, es kommt darauf an, aber es kommt darauf an, wie verteilt die Daten sind und in welcher Form. Dann würde es vielleicht im ersten Schritt Sinn machen, sofort, also was heißt sofort, aber dann über ein Data Warehouse nachzudenken für die Harmonisierung und Transformation der Daten. Die werden dann dem Planungstool zur Verfügung gestellt, das heißt, da fließen die Ist-Daten durch, die Fachbereiche planen durch, die ermittelten Planungswerte gehen wieder zurück ins Data Warehouse und werden dann entweder wieder ins Planungstool, also gehen ja auch da wieder ins Planungstool zurück. Also das ist eine Variante, aber wenn die Daten halt schon einigermaßen gut vorliegen, brauche ich nicht unbedingt eine BI-Anwendung. Das habt ihr bei einigen Kunden ja sicherlich auch. Ja, also es ist durchaus üblich, dass Daten im Controlling via Excel vorliegen und dann wir die einfach auf den CSV umbauen und die manuell hochladen, solange eben, bis wir den Prozess definiert haben, bis der Kunde sagt, so ist alles fein für mich und dann automatisieren wir das. Das heißt, dieses ETL-Projekt, wie man es nennt, diese Anbindung und die Konnektivität zwischen den Systemen wird erst im Nachgang hergestellt, wenn der Prozess steht. Finde ich gut. Das machen wir nämlich bei den Berichten ähnlich. Oder meistens kommen wir schon mal rein und dann haben die Kunden in Power BI oder in Tableau schon was gebaut. Wichtig ist da, super, finde ich echt gut, weil das ist eine schöne Grundlage zu diskutieren und sagen, sind das die Antworten oder brauchen wir mehr. Wichtig ist aber, irgendwann den Zeitpunkt zu haben, abzuspringen, weil die Gefahr wird auch bei euch sein, dass man diesen Prozess bestehen lässt. Ja, also ich frage immer, die meisten machen ja die Excel-Planung und dann frage ich immer, was läuft in der Excel besonders gut und das ist das, was wir versuchen im Frontend für den Planer. Ich sage mal, um eine geringe Transferleistung vom Planer abzurufen, versuchen wir das tatsächlich so ähnlich darzustellen. Und dann kann auch schon mal sein, dass der Würfel eben entsprechend angepasst wird, dass es so aussieht. Auf der anderen Seite ist es so, es ist natürlich eine einmalige, die Einführung eines Tools ist auch die einmalige Chance, einen Paradigmenwechsel hervorzuführen und zu sagen, wir ändern das jetzt, wir diskutieren das neu. Wenn ich mit einem Siegelbewahrer spreche, ich sage immer, wir haben die Innovatoren unter den Kollegen und wir haben die Siegelbewahrer. Wenn ich mit einem Siegelbewahrer spreche und ich bin in der gleichen Tool-Welt, sprich auf Excel unterwegs, dann sagt er, wieso, hat doch immer funktioniert. Heute kann ich sagen, nein, wir führen ein Tool ein, da ist es anders. Und dann muss auch er sich bewegen, auch wenn er nicht so der Fan von Bewegung ist. Wertgeschätzt, ab zum Neustart. Der Tipp des Tages. Genau, das kann man auch so ein bisschen als Fazit mitnehmen und dann vielleicht noch als letztes, auch bei euch, Self-Service-Ansatz ist ja möglich. Das ist ja ganz wichtig. Absolut. Da sollte man als Interessent auch schauen, dass solche Werkzeuge das mitbringen, dass da wenig Fachkräfte-Know-how in der Technik, also das muss ja keiner mehr in den Tiefen programmieren, weil man muss ja sagen, diese Szenarien durchzurechnen, ich muss sagen, ich kenne ja hier im Planning ja auch noch, keiner von uns, keiner von uns aus unserem Team hat sich darum geschrien, diese Software zu warten. Wir haben immer auf eure Expertise zurückgegriffen, weil das war ein dicker Hobel, der war gut, also der Fachbereich war sehr zufrieden, aber wir haben das Ding immer auf den Tisch gekriegt, wenn irgendwas nicht war und dann haben wir den Wolfgang gerufen und gesagt, Wolfgang, kannst du uns bitte helfen? Und das ist ja jetzt komplett anders und das finde ich ist auch ein schöner Ansatz. Im Zielbereich ist das tatsächlich immer noch so, die Leute rufen immer dran, huch, die Zahl stimmt nicht, woran liegt das? Das können die nicht rausfinden. Und das haben wir bei Quantum genau anders organisiert. Der Controller, der Owner des Würfels definiert da alles selber, der kennt sein Geschäftsmodell rauf und runter und er lernt übrigens Quantum an seinem Geschäftsmodell. Das heißt, die Transferleistung ist sehr, sehr gering. Im Prinzip machen wir nur eines, wir gehen von Tabelle auf Würfel und diese Transferleistung muss er erbringen. Und da wird er von uns, von unseren Kollegen da unterstützt. Ja, okay. Das heißt, auch nochmal mitzugeben, das heißt, man hat auch keine Nachfolgekosten durch externe Beratung. Das ist ja, also große Softwarehersteller, wir wissen das ja einfach, wenn man solche Hobel einführt, die Projekte laufen länger, dann ist das Ganze Customers und man ist ja trotzdem nicht raus, weil wenn man Anpassung hat, kommt man alleine nicht klar, weil das wirklich ein komplexes Thema ist. Das Spannende ist, wenn ich einen Planungsprozess durchführe und ich habe Learnings daraus, möchte ich diese Learnings auch selber wieder umsetzen. Ich kann diese Learnings daraus nicht einem Dritten erklären und dann sagen, mach mal was und überprüfen, ob das dann das Richtige ist. Also da muss man schon ganz, ganz nah dran sein, denn zum Beispiel, dass wir ein Produkt nicht mehr verkaufen und es ein Nachfolgeprodukt gibt, aber ich noch nicht weiß, wie es heißt, das muss ich in der Planung berücksichtigen, aber wer will mir das programmieren? Bei der Fachlichkeit bin ich komplett bei dir. Also der Kunde weiß am besten, wie sein Geschäftsmodell, aber Impulse zu setzen, wie man zum Beispiel einen Planungshöpfel aufbaut oder Ideen, finde ich, dann ist, man kann ja auch so eine Art Coaching anbieten. Genau, das ist der Gedanke. Genau. Also ein Mentoring, wo der Kunde, wenn möglich, immer von der gleichen Person, die eben da involviert ist, betreut wird. Das ist natürlich über einen langen Zeitraum schwierig, weil Menschen eben ihre Lebensumstände sich ändern, aber das ist tatsächlich das Ziel. Und natürlich, dass man einen Kollegen im Haus selber nachziehen kann und sagen kann, so, pass mal auf, so ist unser Modell in Quantum und wenn ich mal nicht da bin. Vielleicht bringt es dann den einen oder anderen Controller eben auch in die Situation, dass er dann auch mal zum Wandern in den Spessart fahren kann, auch wenn Budgetzeit ist. Ja, das sind ja wirklich Schmerzen, die erleben wir ja, auch wenn die die Controller da bis spät abends, das ist nicht, also die fühlen sich da nicht wohl bei. Da ist ja auch Druck hinter, wenn Vorstände Zahlen haben wollen und dann eine ganze Controlling-Mannschaft sitzt, also da wird, der Stress ist da schon vorprogrammiert und wenn man da natürlich auch nochmal ansetzt, und das hat man, sowas betrachtet man ja halt nicht, sondern man sieht ja einfach nur, okay, die sitzen da, das ist deren Aufgabe, aber das ist ein Job, das ist nicht ohne. Wenn da wirklich immer noch so viel manuell unterwegs ist. Also so Begriffe wie, die Budgetplanung ist bei uns ein Kraftakt, den wir zum Jahresende immer stemmen, wir brauchen dann erst mal so das erste Quartal, aber dann sind wir ja schon wieder beim Jahresende. Also den größten Fehler, den du machen darfst, am Monatsende oder Monatsanfang in der Controlling-Abteilung anzurufen. Also das erleben wir auch immer häufig. Das ist einfach dem geschuld, weil die einfach in diesem, klar, das sind ja auch die Arbeitsprozesse dann zu dem Zeitpunkt, aber wenn man es schaffen würde, toolgestützt, wir sagen ja auch, Low-Code-Ansatz, Automatisierung, das sind die Sachen, das bringt die Digitalisierung voran und das kann man, finde ich, auch als Fazit heute mitgeben, auch in der Planung können wir automatisieren, wir können skalieren und können manuelle Prozesse abschaffen. Ich habe da noch eine Anwender-Story, die ich euch gerne empfehlen würde und zwar ist es die Anwender-Story auf unserer Webseite, könnt ihr runterladen von OnSkinnery. Die haben durch die Einführung von Quantum in der Vertriebs- und Budgetplanung 80% Zeitersparnis für den Planungsprozess. Wir sind von 35 Tagen runter auf 30 Tage für eine Jahresplanung. Lest mal, was die Kollegen da zu sagen haben, wo die herkommen, wie die das aufgebaut haben, das steht da alles drin und wer ganz nett ist, der kriegt dann auch ein Video, denn der Kunde hat einen Vortrag gemacht. Wir haben nur nette Hörer. Nee, also pass mal, machen wir. Wir legen das in die Show Notes rein, den Link, und dann gibt es das Video trotzdem dazu. Ja, aber das ist halt ein Vortrag, der mitgeschnitten wurde auf der Frankfurt School. Also das ist dann schon, vielleicht ist der Informationsgehalt für den Zeitraum ein bisschen knapp. Okay. Wir gucken mal. Alles klar. Also Ralf, herzlichen Dank. Waren tolle Erfolgen, die wir jetzt gemacht haben, die beiden. Und wir hoffen jetzt einfach mal, einen Überblick über die Planung zu geben und dass man da vielleicht einen Schritt weiter denkt als über Excel. Dass da halt auch nochmal Einsparpotenziale sind. Genau, wir setzen alles in die Show Notes rein und vielleicht kriegen wir in den nächsten Monaten nochmal einen neuen hin. Ja, vielleicht sogar mit einem Personalkostenkunde, oder das aus seiner Sicht. Das wäre nochmal ganz gut, weil vielleicht kriegen wir da nochmal mehr Praxisbezug. Ja. Dann können wir da nochmal ein bisschen mehr aufzeigen. Und ja, wir gucken uns ja auch immer weitere Randbereiche an, die mit BI letztendlich zu tun haben. Also man sollte es auch nicht immer isoliert betrachten, weil Daten sind ja in allen Systemen verteilt. Und das passt schon. Ja, also herzlichen Dank und dir noch oder und euch. Eine schöne Woche. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Grüße. Bye, bye. Jetzt schnell noch abspeichern und dann direkt mehr Wissens-Chat zu finden. Gemeinsam mit den Datenexperten Sven Göllner und Michael Jungschläger in der nächsten Folge von Wertgeschätzt, der Podcast. Warum Datenstrategie den Unternehmenserfolg steigert. Mit einem Klick abonnieren und keine Folge mehr verpassen.